Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Und ja, ich habe wieder das Batman Beyond Outfit gewählt. Ich finde, das sieht zwar ein bisschen eigentümlich aus, aber an sich nicht schlecht. So, da halten wir es. So, rein da. So, da tun wir uns mal wieder seine selbstherrliche Beweihräucherung an. So... So... Okay... Könnte... Ich hab das jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wie das hier zu lösen ist, aber... Vielleicht krieg ich's hin. Ah ja. Boah, ist der nervig, der Typ. Sein Intercom noch so blöd sprechen zu lassen. Mh, hm. Okay. Bis jetzt geht's noch. Aha. Ich bin froh, dass Ihr Inability zu progress, Dard of Night. Ein Rat könnte in diesem Raum mit nur ein Stückchen Cheese als Motivation. Hm. Sad sound. Hätte ich die etwa anziehen sollen? Egal. Okay, jetzt steh ich grad ein bisschen auf dem Schlauch. Ah, ich verstehe. One. Oh, scheiße. Einen, der dich platt macht. So. Hatten wir das auch? Hier runter, oder? Nee, die Leiter hoch. Alles klar. Okay. 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 Ich lebe aber noch. Ich lebe aber noch. Okay, so langsam. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier richtig war, oder? Na gut. Nee, ich glaub nicht. Hm. Vielleicht erst mal so rüber? Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. I see. Ich verstehe. Nicht wirklich. Nein. Nein. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Aha. So. Hier rüber. Jetzt da drauf. Gut. Hm. Ah ja. Halt. Okay. Andere Ladung. Aha. Hehehe. Gelöst ist gelöst, Arschloch. Was kann ich denn dafür, wenn du da nicht hinter steigst? Diese offensichtliche Lösung. So. Wieso bemühe ich mich mal mit dem zu quatschen? So. Ich glaube, wir sollten nicht hier rauf. Und hopp. Ja, das möchte ich auch. Die blüte. Und hat er ist schon. Die blüte. Ich aber auch keine Einstellung. Es gehört zu den Riedlern. Ich will mich nicht mit dem Wunschreiben. Ich muss das Wunschreiben. Bester den Coden. Die jemanden die anderen einen Coden. Warum hast du das einen nicht gegebenen? Da bist du gel JIbe. Ich denke dass er uns stimmt. Ich bin fast. Kann ich nicht tun? Nein. Ich komme zur Kirche, wenn du kannst. Der Riddler ist ein Idiot. Rain-Teaser. Na schön. Bla, 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 bla. So, man muss jetzt einfach nur noch 400 von seinen Rätseln lösen und dann verräte er sich selbst. So, wie viel habe ich überhaupt? 345. Na schön. Dann machen wir uns mal wieder auf die Strümpfe. So, wieder eine Riddler-Trophäe holen. So, da unten hätten wir sie schon. Klatsch. Ah, hier unten. Ah, I see. Ah, mit dem Kran also. Oh. Los, auf damit. So, klatsch und hochziehen. Lala. Gut, ich habe immer die nächste. Falcone Shipping. Hm. Wo ist die nächste? Oh, gleich in der Nähe. Oh, ne. Sag jetzt nicht, dass das wieder das mit den Plattformen ist. Äh, ne. Scheinbar nicht. Die ist unter mir. Ah, ich sehe. Richtig. Wir müssen hier wieder draufstürzen. Im Sturzflug. So, erstmal hier rauf. Dann dort rauf. So, jetzt muss ich nur noch den richtigen Zeitpunkt abpausen. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Gut. Hätten wir die auch. Obwohl das nicht die war, die ich anvisiert habe. Okay. Welche war es denn dann? Diese hier. Aha. Okay, man muss die ja scheinbar ein bisschen. Hm. Oh, ey. Ich verstehe. Erwischt. So, die nächste. Hier. Oh. Wupp. Bist du weit? Ah, hier. Nee, oder? Das ist auch wieder so ein Dreck. Eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei. Bap. 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 Ah. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Shit. Haha. Hat mal so geklappt. Sehr schön. Wo ist die nächste? Hm. Mach mal mal hier hin. Ich weiß, dass das hier ein bisschen öde ist eigentlich. Nur die... Oh, nee. Das ist jetzt ein blöder Witz, oder? Nicht schon wieder. Ja. Okay. Dann wo kommt man hier rein? Von hier. Ach, guck mal an. Man muss nicht eine Mine zerstören. Nicht schlecht. Hugo Strange. Oh, da freu ich mich aber. Das Dr. Affenbart jetzt als Dr. Affe dabei ist. So. Ich würd sagen, ein paar holen wir uns noch. Hier haben wir noch eine. Ge-Panzerter. Eieieiei. Das Stahlwerk ist gut bewacht. Was ist mit dem Riddler-Freak? Hat er noch bessere Dinge zu tun, als nur die grüne Frage-Marken all over Arkham City? Hm. Okay, das ist wieder so ein bisschen... Sehr schön. Oh, doch halt was... einfacher als ich dachte. Ich hab auf einmal keine Waffen mehr. Pfff, noch ein Geil. So, Bad Rang benutzt. Hm. Wohin als nächstes. Gut. Nehmen wir uns die noch vor. Woah. Scheiße. Bläh. Das war ein bisschen zu weit. Okay. Oh, fuck. Hm. Ach, da unten. Boah. Versteck, da ging's nicht, oder? Nee. Ja. Super. Klappe. Besser als zu tun. So. Ah ja, fühlt sich aber sehr vorbei für mich an. So. Na gut, eine Runde noch. Diese hier. Und hofft. Okay. Oh, einen werden wir noch... ...in Saft abdrehen. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht nötig. Oh, auf den stürzen wir uns. Hey. Ich wirst du gar nicht erschrocken, dass ich da bin. Von wegen, I got you. So. Da oben ist die von Catwoman. Ist die für mich etwa unter mir? Äh, sieht ein bisschen so danach aus. Töbe. Ah. Okay. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir erstmal wieder genug gesammelt für eine Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tada.